Ihr müsst euch mal anschauen, wie groß das ist, dass hier noch was drin ist. Heizmedikamente. Was ist das für ein Heizofen? Oha! Willkommen, meine Lieben, im neuen Rhythmus. Ja, jeden Dienstag und Donnerstag. Ihr habt nämlich abgestimmt, gibt es jetzt neues Video und zwar immer um 18 Uhr. Und wie ihr sehen könnt, es ist puddelwarm. Die Berge sind im Hintergrund und wir sind im nördlichen Teil von Italien. Und ich würde sagen, ihr genießt jetzt, während wir hier in dieses Sanatorium uns hineinbegeben, und zwar nicht illegal, sondern über den Haupteingang, genießt mal einmal ein bisschen die Aussicht auf den Weg hier nach oben und wir sehen uns sofort wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier direkt am Eingangsbereich. Wir sehen hier schon das alte Tor und diese Säulen und ihr habt hier direkt diesen Panorama-Ausblick. Den habt ihr jetzt auch gerade schon ein bisschen von unserem Auto, vom Autodach und so weiter genossen. Und das ist eine wieder mal unglaublich geile Location mit mehreren Gebäuden. Wir müssen uns natürlich selber erstmal einen Überblick verschaffen, aber ich würde sagen, das machen wir zusammen. Das Ganze ist ein Sanatorium gewesen, hier oben in dieser Höhe. Wir sind auf über 1000 Metern knapp und ich glaube 1200 Metern. Ihr seht ja auch, die Aussicht ist richtig nice. Und hier oben habt ihr einfach natürlich für alle Lungenkranken und so weiter damals eine gute Ausgangsposition gehabt, um wirklich gute, frische Luft zu haben. Also ein bisschen die Erholsame, die ist ruhige. Und wie machen wir das? Wir stürmen einfach mal rein. Nicht weit weg von der österreichischen und von der Schweizer Grenze. Und hier sieht man schon dieses typisch Lost Place mäßige, dieses uralte Treppenhaus. Total cool. Sieht aber teilweise auch gar nicht mehr so gut aus da oben. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Raum. Das sieht schon wieder fast aus wie so ein, krass die Farbe. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein OP-Raum oder so. Weißt du, wie ich meine? Wie in diesen anderen Irrenanstalten und so. Da war mal ein Waschbecken und hier ist noch ein einsamer Stuhl. Das ist richtig blau hier drin. Und richtig so pastellfarben. Und schau mal hier. Hier geht nämlich noch eine Treppe hoch. Die ist auch ziemlich dünn. Guck mal. Aber ich würde sagen, in das obere Stock weg gehen wir hier lang nicht mehr. Leute, das ist zu gefährlich. Wir gucken mal bei der nächsten großen Tür. Die ist nämlich gleich nebenan. Und hier hat jemand eine Kiste hingeschmissen, wo irgendein Plumner drin ist. Die ist aber wackelig. Und hier, aha, was ist denn das? Das sieht aber auch cool aus. Hier sind so riesige Räder. Ich weiß nicht, was soll das denn mal gewesen sein? Leute, schreibt es in die Kommentare. Mensch, was habt ihr für Ideen? Ich weiß es gar nicht. Das sieht aus wie... War das mal Elektroraum? Wie meinst du das Elektroraum? Weiß ich nicht. Weil da sind halt auch so viele... Ja, die Sicherungen und so was. Also hier irgendeine Maschine wird hier gewesen sein. Aber hier sieht man noch die Pfeile in den Boden. Vielleicht war das ein Mondstrom oder so? Möglich. Ich habe gar keine Idee. Aber die ganzen Räder... Man muss es auch so sehen. Die Räder sitzen alle auf einer Welle. Das heißt, ich denke, das äußere Holzrad hier, was natürlich auch Hammer ist... Guck mal, wie uralt das Ding sein muss. Dieses Holzrad wurde bestimmt mit einem Riemen angetrieben. Und der Motor wird dort unten gesessen haben. So, und dann auf dieser Welle saßen jetzt die anderen Laufräder. Und da wird irgendwas drüber gelaufen sein. Rollen. Ist vielleicht hier auch ein Wäscheraum gewesen? War hier vielleicht so eine Art Wäschemangel? Habt ihr Ideen? Dann schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Dass hier ein Riemen angetrieben wurde, der die ganze Welle angetrieben hat, ist ja wohl auch logisch, wenn alles auf einem sitzt und dann über verschiedene Riemen verschiedene andere Geräte noch benutzt wurden oder bewegt wurden. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Wir werden es weitergehen. Also aus dem Raum mit diesen komischen Rädern. Wir sehen hier noch so eine Bettwand, auch uralt, und dieses alte Lattenrost- oder Bettgestell. Und hier ist so ein Innenhof. Und was mir direkt auffällt, Leute, ist dieser immens geile Brunnen. Der sah doch auch mal ganz geil aus. Muss man hier so ein bisschen durchschreiten. Oder? Das sah doch mal echt cool aus. Hier zum Trinken, zum Hahn wahrscheinlich. Und hier ist ein Innenhof gewesen. Da oben sieht man schon das Stockwerk. Hat sich schon verabschiedet. Und hier sind auch die Sachen, denke ich mal, runtergefallen. Und hier liegt noch eine ganze Menge Zeug. Alte Körbe, aus denen die Pflanzen wachsen. Diese alte Kammer. Schon echt seltsam. Was hier rumliegt. Guckt euch das mal an. Das Ding, das sieht aus wie eine Telefonzelle. Ich weiß nicht, was hier noch unter ist. Mal ein bisschen aufpassen irgendwo. Das sieht aus wie eine alte Telefonzelle. Schreibt es in die Kommentare. Was ist das? Hier liegt auch echt eine ganze Menge Zeug rum. Das sieht aus wie so ein Mühlrad. Das sieht ein Kesseldeckel. Und der gehört bestimmt auf diesen Kessel. Ob das mal so eine Art warm Wasserboiler war? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ich glaube, Wassereinlass, Wasserauslass. Schreibt es rein. Ich weiß es nicht. Schon krass hier. Geile Location, ne? Oha! Was ist das für ein Heizofen? Oha! Der ist ja mal legendär. Krasses Gerät. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Glivello Minimo. Man kann das hier unter dem Rost kaum noch erkennen. Aber aus Mailand. Leute. Ein Riesengerät. Oha! Da oben ist noch was drauf. So eine Art Druckventil. Und hier, ach, die haben hier noch richtig mit Holz und Kohle geheizt, ne? Auch dieses Teil ist ja mal ein Liga. Was ist das denn? Guck mal, hier ist eine Skala drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Da ist das Ding auch drauf eingestellt und wird sich nie wieder bewegen. Weil das einfach zu krass ist. Das ist so krass cool. Also hier mit den alten Rädern noch. Wow. Cooles Teil. Da läuft hier Öl runter. Das sieht aus wie Öl, oder? Wollen wir mal die Nase reinhalten? Wow. Ja, das ist Heizöl. Das heißt, die haben früher, die müssen früher mit Kohle geheizt haben oder mit Holz oder diese Heizkessel betrieben haben für Heizung und Wasser. Und dann irgendwann kam Öl und die Ölheizung stand wahrscheinlich genau hier. Ja, und da sickert das Öl noch raus. Moin, Leute. Auf der anderen Seite sehen wir dann wieder so einen Kessel. Hier ist eine Pumpe, eine Förderpumpe. Hier ist eine Förderpumpe und hier ist noch so ein... Oha. Ja. Ich glaube, das war da früher nicht drin. Nee, klar, ja. Aber das hier ist ein alter Heizkessel. Auf der Spurensuche. Italiano. Na ja, mehr kann man nicht mehr lesen, weil es schon echt so lost ist. Hier ist noch eine Seitenöffnung bei dem Ofen. Eine Klappe. Ist natürlich total verrostet, Leute. Keine Chance, da was zu bewegen. Und hier kann man in den Ofen noch mit reinschauen. Das ist bestimmt die Ofenwand hier. Ja, ja. Übrigens sehr gute Taschenlampe von Nightcore. TM10K. Obust. Und weiter geht's. Hier ist noch ein altes Waschbengen. Was liegt denn hier drin? Muss auch immer alles angrabbeln, ne? Das ist hier so ein altes Stück Tonvase oder so. Da unten ist noch ein alter Ofen. Das sieht genau aus wie einer. Da ist noch einer. Drei Stück jetzt dann, ne? Das ist auch noch ein Kohleofen. Krass. Da oben sieht man noch die alten Rohre. Wie viele? Die haben ja, okay, gut. Wir haben hier mehrere Gebäude. Ja, hier ist der nächste Kohleholzofen. Schreibt's in die Kommentare, wenn ich mich irre. Aber gut, die mussten natürlich drei Gebäude hier beheizen. Da brauchst du schon ein bisschen was. Denk mal zu Hause an euren Ofen, Kamin. Ja, und wenn du überlegst, dass wir auf 1200 Meter sind oder so. Wir sind auf 1200 Meter. Das heißt, ihr habt hier richtig Schnee im Winter. Konservendose. Das bedeutet, ihr müsst hier schon echt ordentlich heizen. Das ist schon mega spannend. Aber man kann nirgends mehr was lesen, weil das total verrostet ist. Das ist total verrostet alles. Ich meine, das ist Lost. Und das ist schon lange. Übrigens, wenn ihr uns unterstützen wollt und gerne selber mal auf Abenteuer geht, wo ich hab die Öltanks gefunden, ich blende euch jetzt mal hier unten die Lost Place Guide App ein. Das ist unsere App. Wir haben schon über 1500 Nutzer. Super zufrieden. Ein 24-7-Kundendienst. Orte in Österreich, Italien, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Amerika. Kroatien, Afrika. Also wir haben eine ganze Menge da drinne und die wir auch selber besuchen. Checkt also mal Videobeschreibungen ab oder geht in meinen App Store Lost Place Guide und gönnt euch das. Könnt eure eigenen Bilder im User Network posten und so weiter. Mega krass. So, weiter geht's. Öltank. Oha. Groß, ne? Ein riesiger Öltank. Und ich vermute fast, ich kletter da jetzt nicht rein. Boah, stinkt auch wie Sau, dass da hinten noch einer ist. Und daneben ist noch ein Lagerraum, ne? Da oben hängt sogar noch die alte Lampe. Das sieht echt cool aus. Boah, hier geht sogar so eine Brücke mit so einem Burggraben rüber, ne? Wie geil ist das denn? Also ich denke mal, hier vorne am Eingangsgebäude ist so eine Art Wäscherei und so gewesen. Mhm, das denke ich auch. Versorgung. Genau, so eine Art Grundversorgung. Da waren die Heizungen, ach du Scheiße. Ho, Junge. Oha. Oha. Sanatore, AVV, Luigi, Rossi. Und überall hier noch die Mosaiksteine. Also wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Das sieht ja mal richtig kusulig aus. Aber man sieht die alte Bauweise wieder, ne? Ihr seht hier dieses Strohgelumpe, dieses Bambusgelumpe, Holz, Holzquerbeigen. Es ist klar, dass das früher oder später in sich zusammenrauscht. Das ist eigentlich, könnt ihr die Uhr danach stellen. Aber wenn... Oh, die Aussicht. Hört euch das mal an hier. Der Wahnsinn. Ihr guckt hier so raus auf die Berge. Hier ist noch eine Terrasse. Das ist schon nice. Das hängt schon auf halb acht hier. Moin. Und hier geht's noch in den Keller, ne? Da gucken wir später an. Bis zum nächsten Mal. So, alles kann, nichts muss. Aber das muss sein. Ach, hier kommen wir nämlich auch unter die Terrasse. Es ist schon mal dieses Geländer auch wieder zu sehen. Wunderschön. Wunderschön. Und hier unten sieht es auch noch ganz anders aus. Hört euch mal diese alten Fenster an. Die alten Türen. Und dann dieser lange Gang. Das sieht schon creepy aus. Ich bin ganz rechts rein. Hier sind die Kellerverliese. Und hier liegen Matratzen und Decken. und alte Medikamente. Und alte Medikamente. Ich habe auch gerade gesehen, als ich hier so reinleuchtete, dass hier noch was drinne ist. Das hat man nämlich mit Spritzen damals aufgezogen. Das kann man am Deckel erkennen. Was das wohl ist da? Krass. Und ich glaube... Guck mal, die waren hier. Kistenmalzer. Kistenmalzer. Wie soll ich das machen? Ja. Und da hinten sind noch mehr Medikamente. Diese alten riesen Flaschen. Weil man hier halt sowas noch findet. Genauso wie diese Räume hier. Guck mal. Auch hier alte Flaschen. Die Dunkelzüchte, ich würde mal anmachen hier. Die alten Dosen. Der Spiegel. Sieht schon echt cool aus hier. Und dann die Gitter vor dem Fenster. Schön interessant, was man hier in den Räumen, in den Untergeschossen noch findet. Und das ist natürlich der Flur, der ist natürlich Wahnsinn, oder? Dieses Gewölbe. Und überall dann diese Räume. Die ganzen Türen. Und immer diese Räume mit den Matratzen. Die hat man einfach nur in den Keller geknallt. Zwischendurch hier sind kleine Haken. Und hier? Die Tür ran, ey. Wo geht's denn hier hin? Zu einem kleinen Raum mit so einer Einbuchtung. Ach, nur zu dem Fenster. Für was ist das denn? Wahrscheinlich für eine gute Belüftung, oder? Hier sind auch noch WC-Anlagen mit ganz vielen Badewannen im Keller. Diese Kellerräume sind interessanter als oben. Hier ist noch ein ganz alter Schrank. Ist aber nichts mehr drin, oder? Ne, der Schrank ist leer. Hier badet schon lange keiner mehr. Das sieht unglaublich aus hier. Einfach wie lang auch dieser Flur ist. Ah, hier war die Hausmeisterwerkstatt. Oder hier hat Frankenstein sein Werk getrieben. Wer weiß. Hier ist noch so ein ganz alter, fetziger Vorhang, der da oben mal dran hing. Irgendwie creepy, ey. Nächster Raum. Hier schien meine Küche gewesen zu sein. Oder nur eine... Oder was war das? Nee. Tja, Leute, was hat man hier gemacht? Das ist hier die Frage. Das sieht aus wie so ein Ofen. Oder wurde hier abgewaschen? War hier die Spülküche? Könnte gut sein, dass hier die Spülküche war. Boah. Ey. Lecker mio. Hört euch mal die Liege an. Und hier... Alter, ich muss erst gucken, ob da einer kommt. Und hier... Ach du Kacke. Wow. Das ist mal eine Heizungsanlage. Ihr müsst euch mal anschauen, wie groß das ist. Heftig. Riesenklotz. Hört euch mal die Brennöfen an. Wow. Also ich hätte echt gedacht, das vorne hat ausgereicht. Aber... No way. Guck mal. Hier ist noch der alte Haken drin. Boah. Ist ja schwer. Leute. Damit hat man früher im Feuer rumgestochert. Heftige Anlage. Die ist wirklich beeindruckend groß. Was das ist, weiß ich gar nicht. Und hier unten steht das Wasser drin. Ah, hier waren Pumpen, die unten das Wasser abgesaugt haben. Bestimmt. Okay. Der alte Tisch. Wow. Das sieht schon echt heftig aus. Die alte Lampe. Hier kommt richtig Horrorstimmung auf, Leute. So, meine Lieben, das war Teil 1. Weiter geht es am Donnerstag in Teil 2. Denn die Anlage ist so groß, dass wir uns entschieden haben, zwei Teile von dem ganzen Ding zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.